Willkommen und hallo zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Master Builders Ich sitz schon, ja, 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 genau, ein bisschen länger her, seit ich die letzte Folge rausgehauen hab Ich dachte mir, ich starte einfach mal wieder durch Ich hab einfach Bock drauf und hab im Moment sowieso keine Projekte am Laufen, also Who cares, Batman Gut, ähm Obsidian auf jeden Fall, äh, oder? Und ne schwarze Wolle, ich nehm schwarze Wolle und Weißer, oh Gott, das wird, äh, ich mach den Originalen, ich weiß nicht, wie ich den bauen soll Okay, pass auf, äh, pass auf Ähm, ja, so schon mal Ah, Mist, die Maus ist zu kurz, jetzt Ähm, das sieht schon mal sehr gut aus Äh, wie weit auseinander mach ich die Beine So, ich hab das immer so schlecht in der Planung Ähm Ne, grau war's Mist, ich weiß grad gar nicht mehr genau, wie Wie das mit Batman war Äh, okay, hier dann Ich mach so ein missratenden Ja, das sieht schon mal ganz gut aus So ein missratenden Batman Vor allem, ich werde wahrscheinlich nicht mal fertig werden damit Weil ich wie immer mal wieder Übertreibe, höchstwahrscheinlich Na, die Hose sieht schon mal ganz gut aus Äh, dann müsste hier ungefähr der Gürtel sein Läuft auf jeden Fall, ist sehr symmetrisch Machen wir hier auch noch Zack Und zack Dann hat er hier so ein Brustpanzer gehabt Wenn mich nicht alles täuscht Drei Minuten, das ist genug Zeit, hoffe ich Nein Nein, 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 nein So, ich hab schon ewig kein, äh, Masterbielder mehr gespielt Ich hoffe, das wird was Äh, ähm Okay, den Gürtel mach ich mal komplett so Und vielleicht hier schwarz Ja, das sieht schon mal ganz gut aus Weil wir so lustig sind So, hier runter Hier die Arme Oh Gott Äh, Batman, es tut mir wirklich leid Falls du das siehst Ich wollte das nicht Ehrlich Ähm Nein, jetzt geht doch dahin Eine Minute, Alter Das geht eigentlich gar nicht klar Nein Nein Noch eins Oh oh Okay, die schwarze Mütze brauchen wir noch Das ist ganz wichtig Ähm Mist Ähm Ich nehme jetzt einfach mal den da Das sieht so scheiße aus Ähm Ähm Ich kann auch nicht rosa nehmen Doch, kann ich Ist das jetzt dein scheiß Ernst So Das sieht so Bescheuert aus Oh Gott Oh Gott Oh Gott, das sieht überhaupt nicht aus wie Batman Alter Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Zyklop? Oh nein Ich habe nur ein Pixelart Mäh 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 Kriegt der Also Pixelart wäre schon zu einfach gewesen Much too easy Much too easy Ja cool Das sagt wahrscheinlich der Ja Okay Doch nicht Ähm Sorry, das hat nichts mit Batman zu tun Für mich Überhaupt nichts mit Batman Das sieht aus wie eine Ameise Das ist kein Batman Ähm Oh 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 Das war das Bat-Symbol Okay Ja gut Das geht Mäh Was ist das? Einfach nur Auf Lava Damit es cooler wirkt Hat nicht so gewirkt Dude Hat nicht so gewirkt Meins ist zwar auch kein Burner Aber Wenn ich das jetzt gewinne Dann lache ich Wenn ich das gewinne Der ist nice Der hat irgendwas Der Nö Also Hallo Oh Lila Ich kriege Lila What the fuck Ich könnte das sogar Nee Nee oder Sag jetzt nicht Oh Der ist Der ist nice Der hat was So hätte ich den machen müssen Der hat was Der kriegt auf jeden Fall ein Amazing Der gefällt mir jetzt sehr gut Gefällt mir sehr gut Ja ne Einer ist immer dabei Was ist das? Was ist das? My Eyes Ja genau Es hat irgendwie was Also glattisch Sehr explosiv Jetzt bin ich mal gespannt Wenn ich jetzt erst Ich bin vierter Gut Das soll zwar gewesen sein Für heute Das finde ich jetzt Fischen unfair Also Ich fand meins eigentlich Am zweitschönsten Der Rest war eigentlich No Grab Aber gut Wer bin ich das zu beurteilen Wenn es euch gefallen hat Lasst mir gerne Da Da oben Da Ein Abo Würde mich auch sehr freuen Und ja dann Bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.